was 84 euro gebühren bescheid die arbeit bringen wo ich jetzt einfach vielleicht kann ich pass mal auf das ist hier youtube live und instagram live boah guck mal ich kann wir sind live in life das ist ja live in life sieht aus wie peck man die idee gehabt ich kann jetzt hier also ich habe mir so eine folie auf den schreibtisch geklebt pass auf da und jetzt kann ich mit sogar folien stift einfach darauf schreiben und das wieder weg machen super super es gibt ja so menschen die sind so ordentlich und die schreiben sich immer alles auf so auf so zettel auf und so ist was ich meine ich nicht so ich bin mir so der ich gebe zu heute ist es echt ein bisschen früh für mich verdammt früh ich werde jetzt gleich mit dem ruben telefonieren aus barcelona dem hauen nämlich zusammen diese virtual reality geschichte und danach werde ich erstmal einen kanal trailer machen ich habe festgestellt ich habe nur so einen alten kanal trailer von vor einem jahr ist ja gar nicht cool also werde ich mal einen neuen kanal trailer eben machen und ich schneide euch auch noch das video hier und danach habe ich fahrstunden ich hoffe ich schaffe das bis dahin weiß ich noch nicht also ich habe mir gerade auch brötchen mitgebracht aber ich glaube so eine pizza von gestern ist nicht zu unterschätzen willi 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 gut jetzt mal die briefe ja auch machen die stadt hat mir ein brief geschickt diese briefe sind immer so geil kennt ihr das wenn diese grauen briefe kommen und man denkt mal so das habe ich jetzt schon wieder gemacht ich guck mal rein der bürgermeister die notausgangstür zum flur wurde noch nicht eingebaut was 84 euro gebühren bescheid da kommt so ein typ hier rein und sagt die tür ist ja noch gar nicht eingebaut die kommt auch erst heute wird auch heute erst eingebaut auch dann gehe ich wieder das ist ja teurer als im klub chantal hier der typ wahnsinn für einmal tür auf tür zu also ihr habt ja gesehen die tür ist drin die tür ist drin der patrick nämlich die alte rausgerissen und die neue ja diese grauen briefe meinte ich genau glaube ich ich mache mir hier so ein instagram live video ich gucke mal eben pass auf hier so live video jetzt steht hier du bist jetzt live ich stelle das mal neben jeder da sieht gut aus schläfst du dich das übrigens was war gestern ja gestern war gestern war ganz schön lange gestern war ganz schön lange das übrigens die pizza von gestern abend ich war noch bis nicht schlafen wenn arbeiten ja auch so herzchen machen da kann ich ja ich kann nur stark 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 viel zur arbeit bringen wo ich jetzt einfach vielleicht kann ich pass mal auf kümmer das ist hier youtube live und instagram live boah guck mal ich kann wir sind live in life das ja live in life und dir das nicht so unangenehm ist dann morgen dann würde ich noch zwei drei fahrstunden mit dir live machen ich glaube das ist witzig kann ich eigentlich zurück winken hier weiß das jemanden kann ich nicht mehr so geht das jetzt kann ich euch zurück winken du hast dieser welt zurück gewungen zurück gewungen mach oder so ne habt ihr irgendjemand irgendwas was er sehen will was ich machen soll kann tun biegen ziehen drücken biegen über die fahrschule und zum kram hat sie irgendwas wo ihr also nicht jetzt mit dem hund gehen oder so habt ihr da was was ihr sehen wollt ein tag in deinem leben alto belly ein 18 stunden dokumentation so eine speicherkarte habe ich gar nicht ich nehme euch mal mit so durch den ganzen tag wenn ich so morgens aufstehe und dann das könnte sein da würde ich dann die gleiche frage noch mal stellen und da kann man das dann in die kommentare schreiben und so kram cool dies fahrschule sieht auch zu ich winke euch an dies fahrschule du bist in der anderen dies fahrschule deswegen kannst du zurück winken ich krieg sogar eine palme am samstag morgen mehr wollte ich eigentlich gar nicht dann trinke ich jetzt hier in ruhe noch mal tee ich wünsche euch dann ein schönes wochenende passt auf euch auch liebe grüße nach gera ja und passt auf euch auf und macht euch ein schönes wochenende dann bin ich auch schon wieder raus ein tag in meinem leben ja da werde ich mal drüber nachdenken vielleicht mache ich das mal aber wenn ihr bock habt könnt ihr das auch in die kommentare hier drunter schreiben was wenn ihr mal irgendwas haben wollt oder sowas oder sehen wollt oder irgendwelche videos über was weiß ich anhänger oder wie man parkt oder und so weiter oder welche turnschuhe ich beim autofahren trage dann könnt ihr das in die kommentare schreiben und ansonsten könnt ihr auch einen daumen nach oben da lassen und ansonsten könnt ihr das auch da abonnieren ja und dann wünsche ich euch einen schönen samstag weckt mich baut das wetter nicht so geil guck mal naja machen wir das beste draus passt ruhig auf ich hab euch lieb tschüss